Herzlich willkommen bei den Online-Talks der Jungen Wirtschaft Wien. Lieber Michael Fischer, CEO von Smartrix, schön, dass du heute unser Gast bist. Mein Name ist Rainer Matthias Eck, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien. Wir engagieren uns für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer dabei, Barrieren zu beseitigen und gemeinsam erfolgreicher sein zu können. Dafür gibt es Netzwerkveranstaltungen und spannende Informationsformate wie heute dieses Interview. Lieber Michael, herzlich willkommen. Ja, lieber Rainer, vielen Dank für die Einladung. Michael, als Geschäftsführer von Smartrix, könntest du ganz kurz einmal etwas über deine Person sagen? Ja, ich bin seit bald schon neun Jahren Geschäftsführer von Smartrix, war davor in Deutschland in der Automobilindustrie, 14 Jahre bei BMW, ganz am Anfang noch zwei Jahre bei Daimler und habe dort viele unterschiedliche Dinge gemacht, bei BMW die China-Strategie geleitet, den Vertrieb BMW in Nordeuropa geleitet und ja, nach vielen Jahren des wöchentlichen Pendelns habe ich dann bis den schweren Herzens BMW verlassen und diese spannende Aufgabe, nämlich den führenden E-Mobilitätsprovider für Österreich aufzubauen, mehr oder weniger das Tankstellennetz der Zukunft für Elektrofahrzeuge eben. Das heißt, in deiner ganzen Karriere, Mobilität war immer ein wesentlicher Bestandteil und jetzt insbesondere die nachhaltige Mobilität. Genau, so ist es. Wunderbar. Dann kommen wir gleich etwas zu etwas Begrifflichem. E-Mobilität. Was heißt denn das überhaupt? Könntest du das für die Zuseherinnen und Zuseher kurz darstellen, bitte? Ja, das Entscheidende bei E-Mobilität ist, dass der Motor in Zukunft eben keine Verbrennungsmaschine ist, die eben CO2, aber auch noch weitere giftige Stoffe ausstößt. Durchersetzt wird einen Elektromotor, der sehr effizient ist und auch nachhaltig. Denn während jeder weiß, dass sein Motor, Verbrennungsmotor sehr heiß wird, weil eben rund zwei Drittel der Energie für Wärme verwendet wird und nicht für die Fortbewegung, ist es beim Elektromotor ein Wirkungsgrad von 95 bis 97 Prozent. Eben bei einer Verbrennung nur 30. Also man kann sich das auch so vorstellen, man kauft jede Woche drei Liter Milch und schüttet zwei Liter weg. So effizient ist der Verbrennungsmotor. Das ist sehr, sehr spannend. Und würdest du auch sagen, die gesamte Wertschöpfungskette ist effizient in der Elektromobilität? Ja, auf jeden Fall ist es wesentlich effizienter. Was natürlich ganz entscheidend ist, woher kommt der Strom? Ja, das ist natürlich die große Diskussion immer wieder. Österreich ist das sehr, sehr bevorzugt. Wir haben knapp fast 80 Prozent des österreichischen Stroms aus erneuerbarer Energie. Das ist ein Spitzenwert. Die Zielsetzung ist natürlich Richtung 100 Prozent zu kommen. Aber das bedeutet, dass das halt dann auch wirklich eine sehr, sehr fortschüttliche Fortbewegung ist. Eben ohne CO2, Feinstaub und auch ohne Lärm. Denn der Elektromotor ist natürlich viel, viel leiser als ein Verbrennungsmotor. Jetzt für die Situation in Österreich. Wie würdest du sagen, sind wir aktuell aufgestellt? Und wie war denn die Historie vielleicht der letzten zehn Jahre? Wie hat sich denn das Ganze entwickelt? Wo du es ja mit aufgebaut hast? Ja, von der Historie der Elektromotoren kann man übrigens ganz weit zurück auch gehen. Wie das Auto erfunden wurde, so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, waren an sich zuerst Verbrennungsmotoren und Elektromotoren ziemlich gleich auf. Und das Lustige war, dass um 1910 wurde der Elektrostarter erfunden. Man kennt das vielleicht noch von den Dick und Doh Filmen, wo jemand so vorne mit der Kurbel das Auto gestartet hat. Das war natürlich sehr unpraktisch und sehr anstrengend. Und deshalb war der Verbrenner nicht so beliebt. Aber dann hat jemand einen Elektrostarter. Das heißt, man musste nur mehr auf den Knopf oder den Schalter umlegen und der Motor wurde gestartet. Und der Elektrostarter war der Tod des Elektroautos, weil plötzlich war dann der Verbrenner aufgrund von Reichweite überlegen, weil die Batterien um 1910 natürlich noch viel, viel schlechter waren als heute. Jetzt passiert wahnsinnig viel. Nun haben wir eine zweite Renaissance, kann man sagen. Wieso? Nicht, weil die Kunden nach grünen Autos schreien. So ehrlich muss man sein. Die EU hat ein Gesetz erlassen, dass seit diesem Jahr, seit 2021, alle neu registrierten Fahrzeuge zusammengezählt werden. Und sie dürfen im Durchschnitt nur 95 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren. Wobei es da für jeden Autohersteller individuelle Ziele gibt. Diese 95 Gramm würden bedeuten rund 3,8 Liter Realverbrauch. Jetzt weiß jeder, was sein Auto verbraucht. Und deshalb gibt es für die Hersteller unterschiedliche Ziele. Also man kann sagen, für BMW andere als für Fiat. Aber die Anspannung ist für alle gleich. Also BMWs dürfen zukünftig noch immer ein bisschen mehr verbrauchen als Fiat. Aber in Summe muss man auf 95 Gramm kommen. Und wenn die Hersteller ihre individuellen Ziele nicht schaffen, bekommen sie Milliarden an bönale Zahlungen. Und das war die Initialzündung für die Elektromobilität. Diese sogenannte 95 Gramm Regelung, die es in ähnlicher Form auch in China, USA und Japan gibt. Also es ist ein globaler Trend. Und wie steht Österreich jetzt im internationalen Vergleich da? Ja, wie steht Österreich? Österreich war eigentlich die letzten Jahre, was die Zulassungen betrifft, sehr gut. Wir stehen heute auch ganz okay. Aber wir merken, dass andere Märkte uns inzwischen überholen. Ich meine, Norwegen kennt jeder. Dort sind schon 75 Prozent der Neuzulassungen elektrifiziert. Aber auch in Holland, selbst in Deutschland inzwischen, die viele Jahre hinter uns gelegen sind, bei den relativen Zahlen. Das ist natürlich ein größerer Markt, aber in der Relation. Aber wir haben letztes Jahr in etwa 9,5 Prozent aller Neuzulassungen waren elektrisch aufladbar. In 2019 waren es 3 Prozent. Aber in der EU waren es schon über 10 Prozent. Und also wir sind schon ein bisschen hinten her bei den Zulassungen. Bei den Ladestationen liegen wir aber sehr, sehr gut. Wir haben ungefähr 8,5 Tausend in Österreich, die öffentlich sind und natürlich noch viele in den privaten Bereichen. Und da liegen wir eigentlich über dem Schnitt. Also grundsätzlich eigentlich gut? Ganz okay. Wo siehst du konkret Verbesserungspotenzial noch für Österreich? Wo sehen wir Verbesserungspotenziale? Natürlich muss weiter die Infrastruktur ausgebaut werden, denn jetzt werden die Zulassungszahlen wirklich extrem stark steigen. Wir hatten in dem Jahr in etwa knapp ein bisschen unter 20 Prozent der Neuzulassungen. Deutschland liegt aber schon Richtung 25. Aber immerhin, jedes fünfte Auto in Österreich, das neu zugelassen wird, ist eben elektrifiziert. Und das wird deshalb sehr viel steigen, weil die Hersteller, um diese Ziele zu erfüllen, immer mehr Fahrzeuge elektrifizieren. Und dadurch braucht man auch mehr Ladeinfrastruktur. Also da ist sicher weiter Bedarf da. Und ja, was natürlich auch ein großer Bedarf ist, dass diese Ladeinfrastruktur auch die zu Hause intelligent ist. Was heißt das? Mit einer SIM-Karte auch steuerbar, sodass ich sie einbinden kann in meine Photovoltaikanlage, in meinen zukünftigen Hausspeicher. Da ist Österreich vor allem auch die Bundesregierung, die das zwar dankenswerter sehr stützt, aber die stützt auch sogenannte Dumme. Und wir reden alle von Digitalisierung und dann werden analoge Ladestationen gesponsert. Das halte ich für ein großes Problem und da verbaut man sich ein bisschen in die Zukunft. Wenn wir über den Grün-Aspekt von E-Mobilität jetzt sprechen, wenn du in drei Worten sagen könntest, was sind die wirklichen Grün-Faktoren von E-Mobilität? Also das Wichtigste ist jetzt einmal, dass man ohne CO2, aber auch ohne Feinstaub und sonstige Dinge fährt. Das ist ein Grün-Aspekt. Was ein ganz wichtiger Grün-Aspekt ist, der übersehen ist, dass ich zukünftig mit Elektroautos Speicher habe, die auch möglichen, die Energiewende zu managen. Ja, heute werden an 300 Tagen wird ein kalorisches Kraftwerk hochgefahren, um eine Stromspitze auszugleichen, damit es kein Blackout gibt. Zukünftig habe ich, und manchmal habe ich genug Strom an der Pandorfer Platte im Osten Österreichs und brauche aber nur ein bisschen Strom, damit es kein Blackout gibt in Tirol. Und das kann man sich zukünftig aus den Autos rausnehmen. Das heißt, die E-Mobilität leistet einen Beitrag zur ökologischen Wende. Und das ist sicher, und natürlich auch das Thema Effizienz, man braucht viel, viel, viel weniger Energie als mit dem Verbrenner. Man muss aber vielleicht auch die Negativer sagen, natürlich, und da hört man immer wieder auch ein bisschen Kritik, und man muss da zwei Dinge erpassen, weil man hört natürlich auch immer wieder, ja, das Elektroauto hat ja viel größeren CO2 als ein Diesel. Da gibt es ganz obskure Studien. Dazu kann ich nur sagen, trau nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Also was natürlich stimmt, ist, dass die Produktion eines Elektroautos mehr Energie braucht, weil die Produktion einer Batterie eben, das ist das Zentrale, mehr Energie braucht. Und da ist eben die Frage, mit welcher Energie wurde die Batterie produziert. Wenn ich es böse meine, dann nehme ich den polnischen Braunkohle-Strom-Mix, der stark vom Braunkohle-Strom betrefft ist, und rechne was aus, auch wenn keine Batterie aufgebaut wird. Man kann es ja mal so berechnen, wenn ich es in die andere Richtung manipulieren will, dann nehme ich den norwegischen Strommix, das ist 120% Wasserkraft, habe ich noch ein Guthaben. Also das ist mal ganz wichtig, dass man schaut, wo die Batterie produziert wird. Bei Elektroautos schauen die Hersteller eh drauf, dass sie sauber produziert wird. Ganz anders ist es überall anders, wo Batterien drinnen sind, Handy, Laptop und so weiter, da fragt keiner. Ja, ja. Und das zweite, was wir schon als letztes Einsatz, sorry noch, ist das Thema Batterie, weil ich glaube, das interessiert auch die Zuseher. Batterien sind keine Bio-Sem, als sage ich immer. Aber auch hier, da gibt es auch noch einige bedenkliche Stoffe, muss man einfach dazu sagen. Aber die Autobranche ist jetzt hier federführend nach 200 Jahren, wo im Batteriebereich nichts passiert ist, Batterien gibt es jetzt ungefähr 200 Jahre, die zu ökologisieren und da sind wir auf einem guten Weg, aber das braucht noch, ja. Für Unternehmer und speziell für Jungunternehmer, die sich für diese Branche interessieren, wo siehst du denn da konkrete Anknüpfungspunkte? Ja, wie gesagt, die E-Mobilität ist ja auch ein Teil der Energiewende. Ich glaube, die Zukunft in vielen Bereichen, der zukünftige Energiestoff Nummer eins ist der grüne Strom. Und hierherum werden sich sehr, sehr viele interessante Geschäftsmodelle entwickeln und da ist unheimlich viel Platz für Startups, um Energie zu managen, um Energie zu gewinnen, um Energie zu transportieren, weil es geht fast nichts mehr ohne Strom. Wir können nicht mehr rasieren ohne Strom, wir können nicht mehr telefonieren oder ohne Batterie, Laptop, Handy, alles hat Strom und wir heizen auch in Zukunft mit Strom, mit Luftwärmepumpen ist auch letztlich mit Strom. Das ist die Zukunft, da gibt es viele Felder. Könntest du vielleicht ein paar spezifische Beispiele von Branchen oder innerhalb der Branchen von Unternehmensbeispielen nennen, wo es besondere Synergien mit Elektromobilität, das heißt mit den Fahrzeugen, mit der Ladung, mit der Stromgewinnung oder wo auch immer geben könnte? Naja, es gibt halt viele Schnittstellen, natürlich ist die Mobilitätsbranche das eine, aber wie ich schon gesagt habe, Energieversorgung, sich aus dem Auto Strom rauszuholen oder auch wieder reinzugeben, das heißt dann auch Photovoltaik-Themen, aber ich glaube, die Mobilität ist ja sowieso ein ziemliches Kernthema, aber wenn ich ehrlich bin, da müssen wir mal noch viel tiefer nachdenken, vielleicht machen wir mal einen Workshop. Also es gibt vielleicht viele Möglichkeiten, wo spezifisch die Anknüpfungspunkte sind, müsste man sich ansehen. Ja, aber natürlich gerade das ganze Thema Energie und Mobilität wächst einfach zusammen in vielen Bereichen. Also viel Potenzial für vielleicht zukünftige Servicemodelle dann auch noch. Auf jeden Fall. Dann der Name Tesla ist ja immer in aller Munde und jetzt ist die Frage, ist Elektromobilität überhaupt leistbar? Ja, die Fahrzeuge sind sehr teuer für Jungunternehmer, ist die Frage, Luxustangente und dergleichen. Wie stehst du dazu? Gut, das was man sagen muss, ist, dass die Elektroautos heute noch ein bisschen, aber nicht wirklich sehr viel teurer sind, wobei wenn es mit Förderungen, es gibt den Vorsteuerabzug, den Fall des Sachbezugs. Wenn man sich aber die Total Cost of Ownership, also wenn man sich die ganzen Kosten ansieht, inklusive dem täglichen Verbrauch und so weiter, dann ist Elektromobilität heute schon drastisch billiger. Es gibt keinen Ölwechsel, keine Zündkerzen, keinen Auspuff. Das heißt, es gibt viel weniger potenzielle Dinge, die man auch überhaupt reparieren kann. Das Teuerste beim Autoservice ist mehr oder weniger die Wagenwäsche. Wir haben selber jetzt ein Elektroauto zum Servicegrad gebracht. Nach 60.000 Kilometer erster Service 125 Euro, Vorsteuerabzug fähig, es waren dann 105 Euro. Das ist unschlagbar gegen den Verbrenner, weil eben nichts auszutauschen ist, mehr oder weniger. Strom aus der Steckdose kostet ungefähr 3 Euro für 100 Kilometer. An der eigenen Photovoltaikanlage zu Grenzkosten gar nichts. Man zahlt keine Kfz-Steuer, ist null. Also die Total Cost of Ownership, insgesamt, glaube ich, gibt es kein Elektroauto, das teurer ist als ein Verbrennerauto. Und bezüglich den Anschaffungskosten werden wir immer billiger, weil die Batterien immer günstiger werden. Gleichzeitig steigen aber durch diese CO2-Anforderungen die Ausgaben für die Verbrennungsmotoren. Mir hat der Aufsichtsratschef von VW vor einiger Zeit gesagt, jeder VW-Motor angeblich wird 4.000 Euro. Und das gilt sicher für alle Marken, 4.000 Euro teurer. Das heißt, die Verbrenner werden immer teurer, die Elektro immer billiger, die Unterhaltskosten sind sowieso. Also jeder, der sich das durchrechnet, heute wird draufkommen, es gibt nichts Günstiges. Jetzt bist du ja ein Pionier im Bereich der Elektromobilität, auch mit der Erfolgsgeschichte von Smartrix in Österreich, in Deutschland. Was waren denn oder sind die Erfolgsfaktoren von Smartrix? Die Erfolgsfaktoren, ja, ich glaube, wir sind ein Pionier. Wir haben frühzeitig die besten Plätze belegt für das Thema öffentliche Laden. Und wir haben frühzeitig begonnen, Know-how aufzubauen und sind sicher einer der innovativen und auch führenden E-Mobilitätsunternehmen selbst in Europa. Wir sind zwar jetzt eher nur in Zentraleuropa tätig, Österreich, Deutschland. Aber auch was das Thema Umsatz betrifft, gehören wir sicher zum oberen Mittelfeld in Europa. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die mit einer fast nicht existenten Fluktuation, worauf ich sehr stolz bin. Das heißt, das Know-how wird im Unternehmen gehalten. Wir haben eine tolle Firmenkultur. Und wir haben dadurch sehr kompetente, gute Leute, die einfach dem Kunden eine sehr gute Beratung geben können. Denn das Thema ist wirklich deutlich komplexer, als nur eine Tankstelle aufzubauen, wo ich was hineinstecke. Es ist komplexer, hat aber auch viele tolle andere Chancen. Was würdest du Unternehmern, Jungunternehmern mitgeben wollen, um sie selbst oder auch ihre Mitarbeiter und Kunden für Elektromobilität zu begeistern? Ja, das Wichtigste ist einmal, selber elektrisch zu fahren. Ich kann es nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Die Autos haben wahnsinnig viel Kraft und selbst für die sogenannten Car Guys ist das etwas, wo ich keinen kenne, der nicht mit einem Lächeln aussteigt. Und auch mit den kleinen Elektroautos, jedes kleine Elektroauto kann es mit dem Porsche an der Ampel aufnehmen, weil so viel Kraft da ist und der schaut dann komisch rein. Vielleicht schaut das anders aus bei 250, aber die Möglichkeiten sind eh sehr selten, dass man so schnell irgendwo fahren kann, außer ab und zu in Deutschland. Also jeder soll es mal selber ausprobieren, jeder soll es als Vorbild leben. Und ich glaube, jedes Unternehmen schreibt sich auf die Fahnen, nachhaltig zu sein. Und ich glaube, da gehört heute auch die Mobilität dazu. Das Angebot wird immer, immer vielfältiger, auch im Transportbereich. Und um diese Glaubwürdigkeit zu haben, ist es wahrscheinlich nicht besonders gut, wenn man mit einem Dieselstinker vorfährt beim Kunden und dann sagt, wir sind so ein nachhaltiges Unternehmen. Jetzt lebst du Unternehmertum in vielfältiger Hinsicht. Welche Tipps würdest du Jungunternehmern insgesamt geben mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Branchenerfahrung, mit deinem gelebten Unternehmertum? Das Wichtigste für jedes Geschäftsmodell ist, sich zu überlegen, welches Kundenbedürfnis befriedige ich? Nur wenn ich ein Kundenbedürfnis befriedige, wird mir jemand für diese Leistung auch etwas bezahlen. Also welchen Edit-Value schaffe ich als Unternehmen? Und dann gibt es natürlich beim Geschäftsmodell immer drei Punkte, auf die man schaut. Erstens, wie erstelle ich die Leistung? Natürlich dann, was man gerade schon gesagt hat, was ist eben das Kundenbedürfnis? Also was ist das Produkt? Mit dem, das Nutzenversprechen kann man sagen, was verspreche ich dem Kunden? Und das dritte Thema, was man sich natürlich immer überlegen muss, ist, was ist das Ertragsmodell? Wie mache ich das jetzt auch zu Geld? Denn es gibt genug Erfinderschicksale, die ein tolles Produkt sich überlegt haben, aber dann die Go-to-Market-Strategie und auch die, wie finanziert sich das dann? Irgendwo vergessen vor lauter Selbstverliebtheit in die Technik. Also da ist auch wichtig, den Zug zum Tor zu haben und gegebenenfalls vielleicht auch mit einem Partner zu machen. Der eine, der sich sehr auf die Technik und der andere, der sich auf das Thema Go-to-Market-Strategie fokussiert. Super. Und als nächste oder als abschließende Frage, was würdest du dir für die nächsten Jahre wünschen, um das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, E-Mobilität voranzubringen und die Welt grüner zu verändern? Ja, ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg. Ich sehe, dass gerade dieses ESG-Thema eine ganz große Attention jetzt auch bei Finanzinstituten, also den Kapitalgebern gibt. Das heißt, hier ist ein Druck Richtung Nachhaltigkeit ohnehin da. Jetzt gilt es halt auch, die Technik voranzubringen. Ich würde mir wünschen, dass Österreich da auch sehr führend sich einbringt. Beispielsweise auch im Thema Batterieforschung, um die noch grüner zu machen. Da ist wirklich schon sehr viel passiert in den letzten Jahren, aber das muss wirklich grün wie ein Bio-Semmerl werden, wie ich sage. Das würde ich mir wünschen. Und dann bin ich sehr überzeugt davon auch, dass wir in wenigen Jahren auch Elektroautos haben werden, die 1000 Kilometer fahren und in gleicher Geschwindigkeit wie ein Dieselbenzin quasi getankt oder geladen werden können. Und dann sehe ich eigentlich auch eine grüne Mobilität, den Weg absolut offen. Wunderbar. Wenn Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer jetzt begeistert sind für Nachhaltigkeit, was machen Sie? Was können Sie machen und mehr über Elektromobilität erfahren möchten? Ja, ich glaube, man kann sich über viele Kanäle sich informieren. Was ich vielleicht auch als Tipp geben kann, es gibt die Homepage und den Newsletter Elektrive. Einfach mal googeln, da gibt es täglich tolle Informationen und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen Unternehmen. In diesem Bereich zu gründen, fände ich auf jeden Fall spannend und würde das Thema voranbringen. Wunderbar. Herzlichen Dank, Michael Fischer, CEO von Smartrix, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit Dr. Michael Fischer, CEO von Smartrix, bei unseren Business Talks. Bis zum nächsten Mal bei der jungen Wirtschaft Wien.